Verenas Marsch ins Meer Da wartet sich jetzt schon die ganze Zeit drauf Aber bei dem Wetter kann man ja auch gar nicht anders Traumwetter Es ist einfach fantastisch Allerdings kaum Wind, heute wird es richtig heiß, so um die 30 Grad Vielleicht auch sogar noch ein bisschen drüber Und heute ist auch richtig was los am Strand Niemand sieht und es ist noch recht früh am Tag Ich bin gespannt, ob die Ränder sich entschließt, sich richtig in den Fluch zu stürzen Vorbereitet hat sie sich darauf Ich denke mal ja Also ich bin wirklich keine guten Kamera aufbauen Ich hoffe nur, dass ich mich allzu sehr wackele Ja 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 Da ist noch was Platz Zum Weitergehen Allerdings saufen ich hier langsam ab Und wir reden das Sachen auch Ja 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 Na Jetzt verlegt sie Soll ich mit Kleid reingehen oder nicht Ja Sie kommt zurück Ich denke sie wird dann doch erst das Kleid ausziehen Ja Im nassen Kleid macht das dann doch seine Feuille Ja Ich mache Honig Ich provoziere hier Fitzitz Rundfunk ne wunderbares motiv ist doch gut er meinte sorry dass mir ein bild gelaufen ist aber so gut so leute der plan steht guckt euch dieses wetter an ich werde gleich im kleid zum strand unten ins wasser gehen ich war ja schon mit den bis zum popo drin quasi und dann werde ich kleid ablegen und ganz eintauchen du hast gesucht ist zuletzt gesucht ja ich glaube das war zu viel macht nix ich dachte gerade was ist der strand so nah